so hallo zusammen in dieser produktvorstellung geht es um unser neues bad sketch pro method feeder futter und hier um die ready to fish variante ready to fish bedeutet ihr nehmt den beutel macht ihn auf und könnt sofort damit loslegen und angeln ihr müsst es nicht befeuchten ihr könnt es zusätzlich befeuchten wenn es zu wenig ist aber ihr müsst es nicht befeuchten da die drei fotosorten welche wir im angebot haben bereits mit hochwertigen attraktoren und fischölen beziehungsweise samenölen vorbefeuchtet sind und somit ready to fish verpackt sind sie immer so in unserem best catch pro design das wichtige alle beutel sind wieder verschließbar so fliegt euch das futter nicht in der tackle box in der tasche im auto oder sonst warum sowie der große vorteil wenn ihr es wieder verschließt den beutel dann verliert das futter einfach nicht ein geruch zum benutzung selbst wir haben drei varianten einmal die robin red und erdbeer variante wie jetzt hier im futter sinken dann gibt es das gobex und betain futter wie hier sinkend eher die gelbe variante beziehungsweise gelb aber dunkel gehalten als dunkles futter sowie hier bereits vorgefeuchtet die fischmehl variante die drei varianten erhaltet ihr beim tackle dealer sind immer 750 gramm im päckchen zur benutzung zeige ich euch mal selbst ich nehme jetzt hier so ein herkömmliches feeder körbchen befüllt es mit dem bereits vorgebefeuchteten ready to fish method feeder futter ich lege das hier ein einmal fest runter drücken wieder hochnehmen und die konsistenz ist einfach ideal zum method feeder angeln wir jetzt hier sehen wir auf dem bild hält super beim wurf und löst sich am gewässer grund und entfaltet sein attraktor beziehungsweise ein fischmehl und die verschiedenen mähele je nach futter art die wir haben am gewässer grund zusätzlich sind noch geröstete und gequetschte körner eingearbeitet um einfach den fisch am gewässer grund etwas futter zu bieten dass sie nicht gleich wieder vom futter platz verschwinden ich hoffe ich konnte euch das ready to fish metal feeder futter kurz vorstellen erhältlich bei eurem tackle dealer probiert es mal aus geniales futter super attraktoren in etat bereits vor gefeuchtet befeuchtet mit verschiedenen flavorn und dadurch einfach noch einen intensiveren geruch beim angeln beziehungsweise bei der benutzung im wasser in diesem sinne viel erfolg am wasser petri heil und dicke fische beziehungsweise bei der benutzung im wusser beziehungsweise bei der benutzung im wusser